Köln, Jana Wosenitza wächst bei Letztdance über sich hinaus. Jetzt hat sie sogar Letztdance-Urgestein Christian Pollank zum Ausrasten gebracht. Letztdance-Teilnehmerin Jana Wosenitza bringt Christian Pollank zum Ausflippen. Sportmoderatorin Jana Wosenitza, 30, ist neben Gabriel Kelly, 22, der absolute Favorit für den Titel Dancing Star 2024. Sollte ihr der Tanzgut gelingen, würde sie am 24. Mai Vorjahressiegerin Anna Amakova, 24, ablösen. Einen, den sie im Viertelfinale schon vollends überzeugt hat, ist Christian Pollank. Der 45-jährige Profitänzer hat 2007 mit Susan Sederopoulos und 2011 mit Maite Kelly selbst Letztdance gewonnen. Jana Wosenitza's Tango-Trio mit Wadim Gabusov, 37, und Anastasia Sten, 26, bringt den Tänzer zum Ausflippen. Das war richtig geil. Glückwunsch, Tänzer, Kollision, 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 Symbol für 100 Punkte, kommentiert er auf dem offiziellen Letztdance-Instagram-Account. Letztdance-Juror Joachim Lambi, bombig abgeliefert. Auch die Jury ist nach Janas Tanzgans aus dem Häuschen. Du hast heute bombig abgeliefert. Urteilt Joachim Lambi, 59. Als Belohnung gab es volle Punktzahl. Ebenso sammeln sich auf Instagram viele Kommentare, die Jana Wosenitza unterstützen und sie sich im Finale wünschen. Das war unfassbar gut. Jana gehört definitiv ins Finale, Jana hat einfach die krasseste Entwicklung gemacht, genau so etwas möchte ich bei Letztdance sehen, wie man sich steigert und nicht von Anfang an super ist. Zu Wadim kann ich nur sagen, er macht grandiose Kurios und hat es absolut verdient endlich mal zu gewinnen oder, Jana das war das Ticket heute fürs Finale. Romantisches Gesicht, der Triotanz war super.